Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire! In der letzten Folge hat man unser Bötchen repariert und sollte es eigentlich in einen Wal verwandeln. Sieht aber eher nach einer Ente aus oder ein Hund vielleicht noch. Ja, und wir wissen nicht genau, wo wir eigentlich hin müssen, aber bevor ich jetzt da reinfahre und mal nachschau, ob wir da eigentlich hin müssen, wollte ich mal kurz gucken, ob wir hier oben eventuell... Von da sind wir doch gekommen, oder? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, das ist hier unten. Nee, dann gehen wir da auf jeden Fall mal kurz rein, weil dann sollten wir nämlich alles hier in der Gegend gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob man wirklich noch mal später noch mal hierhin kommen kann und den dann mitnehmen kann. Wir haben auch die Sache mit dem Koch noch nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Oh, da müssten wir eigentlich noch mal komplett zurückgehen. Mist. Aber ich mache erst noch den Abschnitt hier, das auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt jetzt zurückkomme. Mit dem Bötchen, doch das müsste eigentlich gehen. Hier ist eine Blume. Weiße Lilie wäre perfekt für das Skelett, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich wieder zu dem Skelett zurückkomme. Auch das ist doch gemein, dass man die Sachen so weit weg findet. Achso, das ist hier unten. Ah, jetzt sehe ich es auch. Okay, dann schauen wir mal. Hier können wir ja nichts mehr machen, so wie es aussieht. Ist anscheinend nur so ein Goodie, sage ich mal, dass man hier tatsächlich die Blume da noch findet, die man später oder eigentlich vorher gebraucht hat. So, dann werde ich das einfach mal so machen, dass ich hier erstmal gegen die ganzen Kanten fahre. Äh, der war... Achso, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ah. Okay, jetzt komme ich natürlich nicht auf die rechte Seite. Das ist ein bisschen doof. Doch, kann ich doch. Hier habe ich ja schon alles gemacht, ne? Dann kann ich das auch öffnen. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal da rüber. Ich finde trotzdem, das Ganze sieht aus wie ein Huhn. Also, mit einem Orca hat das wirklich nicht viel zu tun, beziehungsweise mit einem Wal. So. Ähm, der Typ war, ich glaube, hier unten durch, oder? Es gab auf jeden Fall unten und oben so'n Durchgang. Ich meine, das wäre diese Höhle gewesen. Ja, perfekt. Du bekommst eine Blume von mir. Ich weiß, ich weiß. Oh. Okay. Ich dachte, wir bekommen jetzt so eine Errungenschaft, so nach dem Motto, äh, im Gedenken an oder so. Aber wir haben noch eine Truhe gefunden. Ja, cool. Das finde ich super. Können wir die Blume jetzt auch wieder mitnehmen? Oh. Na gut, dann lassen wir die Blume hier. Die wird uns ja eh nicht helfen, deswegen. Aber ich habe gedacht, vielleicht können wir die dem jetzt wieder klauen oder so. Hat ja seinen Zweck jetzt erfüllt. Ähm, wie können wir eventuell hier nochmal zurück? Weil ich möchte gerne noch, das habe ich nämlich tatsächlich vergessen, die Zutaten dem Koch bringen. Können wir jetzt hier einfach durch? Ich hoffe. Ich weiß, das verlängert jetzt natürlich die ganze Folge. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich hätte vorher dran denken sollen, wirklich. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt... Ich habe gar nicht gedacht eigentlich. Ich habe irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf die Zutaten gekommen bin. Aber ich habe gedacht, wenn ich die Zutaten jetzt gebe, vielleicht ist ja... Achso, ich dachte, jetzt kommen wir dazwischen. Sie können es... Vielleicht passiert dann ja noch irgendwas oder so. Oder vielleicht kriegen wir auch nur eine Truhe. Aber gut, das wäre dann wieder die Truhe, die wir dann nicht bekommen hätten, wenn wir die nicht holen, ne? Deswegen... Ich würde sagen, ich mache hier mal eben einen kleinen Cut. Ihr wisst ja eigentlich, wie ihr wieder zurückkommt, oder? Oder ich mache keinen kleinen Cut, aber ich mache es dann so, dass ich das Ganze ein bisschen schneller durchlaufen lasse. Falls ihr dann das Problem habt, dass ihr auch nochmal zurückschwimmen müsst, beziehungsweise zurückfahren müsst, dass ihr dann wisst, wie wir dann da hinkommen. Ich kann euch jetzt aber nicht garantieren... Ach nee, das war das hier. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich jetzt auf Anhieb finden werde, wie wir dann wieder hinkommen. Das könnte vielleicht ein bisschen dauern. So, also ich würde jetzt mal einfach sagen... Ist das da gewesen oder... Da kommen wir, glaube ich, zu den Vögeln zurück, ne? Der Koch war nicht bei den Vögeln. Dann würde ich hier rumgehen. Ja, ich sage jetzt einfach mal bis gleich. Ich lasse das Ganze etwas schneller laufen und ja, wir sehen uns gleich beim Koch wieder. Ja, und ich habe es tatsächlich geschafft, den nochmal wieder zu finden. Wie geil. Ähm, ok. Wahst, ich liebe dich. Entschuldigung. white sie ein ど Ellige die sind dass H셨 Ach nein. Dann ist das andere jetzt weg? Aber was mache ich jetzt damit? Können wir das mitnehmen? Sumpfrand. Weil das Schwein, das ist ja im Wasser. Das kann man ja nicht mehr füttern, oder? Was ist der Sumpf? Das wäre jetzt nur noch gut zu wissen, was man damit eigentlich machen könnte. Weil es hat ja, denke ich mal, irgendeine Bewandtnis, dass wir die Sachen jetzt hier bekommen haben. Und es sollte normalerweise nicht zu weit weg sein, gehe ich mal von aus. Wie kann man... Da kann ich das Schwein nochmal füttern. Was ist das, Morsung? Ja. Soll ich ihm das jetzt tatsächlich nochmal sagen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Aber wirklich, was passiert ist jetzt nicht. Also wir haben ihn zwar jetzt glücklich gemacht. Aber gebracht hat uns das leider nichts. Ja, das heißt, da wurde so viel, wie man kann es eigentlich ignorieren. Ich habe auch keine Errungenschaft dafür bekommen und nichts. Das ist jetzt sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, vielleicht passiert noch irgendwas, aber nein, leider nicht. Dann würde ich sagen, mache ich wieder so einen kleinen Speedrun und gehe wieder in die eine Halle, beziehungsweise fahren wieder in die eine Halle und wir sehen uns dann gleich dort wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind nun wieder in der Höhle und haben hier schaurige Geräusche. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier durchfahren können, wo die Schlange uns eben quasi angegriffen hat. Ja, das ist noch alles offen. Sehr schön. So, mal schauen. Da können wir nicht rum. Ah, hier kommt das Licht raus oder ist das ein anderes? Ich weiß jetzt gar nicht. Na, ist, glaube ich, ein anderes. Äh, da können wir anlegen. Ja, komm. Okay. Schauen wir mal. Oh. Oh. Dein Ernst? Ich wollte den jetzt gerade befreien. Och Mann. Ich kann die nicht nach links, nicht nach rechts machen. Ich kann sie nicht nach oben, nicht nach unten machen. Muss ich da eventuell erstmal woanders hingehen oder? Ah, jetzt. Oh, okay. Okay, da muss ich auf die andere Seite gehen. Verstehe. Gut, machen wir es so. Da können wir auch noch hochklettern. Sehr schön. Muss ich mit der Schlange reden? Muss ich die blenden? Oder? Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Greifarm. Nee, ein Hebel. Ach, ganz am Anfang haben wir doch noch einen Hebel gebraucht. Genau. Da können wir... Doch, da können wir doch hoch. Oh nein, da geht es schon wieder weiter. Ah. Leute, tut mir das nicht an. So viele Bereiche. Vorwärts ist immer gut. Besser als rückwärts. Okay, also hier können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Das ist nur eine kleine Kammer. Immerhin. Ich dachte schon, das ist jetzt so ein Riesenbereich wieder, wo wir jetzt alles erkunden können. Hallo? Liebe Schlange? Ach, da kann ich runter. Okay. Aber das Ding kann ich gar nicht drehen hier, nehme ich an. Nur das Ding unten. Hm. Da können wir noch irgendwas machen? Ich weiß nicht, was das... Also bewegen kann ich die nicht. Ah. Ach, das ist eine ganze Schlange. Ah, verstehe. Und die lassen wir aber mal so. Komm, wir rutschen mal runter. Es ist doch schön. Hui. Und wenn ich in den Schlamm reinfalle, ist das immer schön. Okay. Gut. Hier ist auch noch was? Oder kommen wir hier nicht... Nee, hier kommen wir natürlich wieder nicht weiter. Da könnten wir theoretisch rüber, aber können wir nicht wegen der Schlange. Oben ist alles... Ich weiß nicht, ob ich mich da an der Schlange vorbeischlängeln könnte. Aber das kann ich nur um eins versetzen. Das bringt uns ja nichts. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum man das überhaupt machen kann. Frage ist, kommen wir... Nein. Och. Komm. Frage ist, kommen wir da unten überhaupt dran? Achso, doch. Man kann hier rüber. Oh. Okay. Ja. Deswegen wollte ich das Ding ja eigentlich bewegen. Was unlogisch ist, weil man kann es halt so... Ah, Moment. Ist der Hebel für hier? Ich dachte, das ist für ein Anfänger. Ah. Okay. Nun komme ich jetzt nicht mehr hin. Das ist doof. Na gut. Ich nehme an. Nee, ich nehme, glaube ich, falsch an, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kann man das so ziehen? Doch, man kann es so ziehen. Das Problem ist nur... Ich kann es natürlich nicht über mich drüber ziehen. Achso. Okay. Nein, das... Nein, du sitzt ein Stückchen weiter noch. So. Das machen wir erst mal. Dann kommen wir da hin. Dann kommen wir wieder zurück. Können wir das auch machen gleich. So. Die Frage ist jetzt... Aber das muss hier angeleuchtet werden, ne? So wie es aussieht. Nee, dann brauchen wir hier gar nicht hochzugehen, glaube ich. Dann kommen wir erst mal direkt da rüber. Nehme ich an. Hoffe ich. Dass ich nicht auf der anderen Seite erst mal was machen musste. Und das jetzt irgendwie überhaupt nicht gecheckt habe. So. Der hat auf jeden Fall was zum Drehen. Das ist gut. So gut. Ich habe in die andere Richtung gedreht. Das ist auch nicht schlimm. So. Die müsste jetzt da rüberspringen, ne? Die wird auf den Licht angezogen. Sehr schön. Der Ruf der Schlange. Okay. Dann gehen wir da jetzt wieder die ganze Strecke hoch. Nee, müssen wir eigentlich hoch? Wir müssen gar nicht da hoch, ne? Wir müssen hier unten rum. Ich hätte hier wieder einen Quatsch heute. So, da ist er nämlich. Wegen der Truhe müssen wir nochmal gucken. Ich muss selbst entscheiden, ob er dankbar ist oder nicht? Oder was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Was war das gerade? So leicht daneben gebackt. Die Frage ist jetzt nur, kommen wir überhaupt an die Truhe? Weil wir kamen hier doch nicht durch. Ich brauche da einen besseren Überblick. Vielleicht hat das irgendwas mit den Dingern hier unten zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Nein! Ach, ich bin so blöd. Dann komme ich runter. Jetzt verstehe ich, glaube ich auch, warum ich da die Rutsche habe. Komme ich da denn? Aber das ist so eng. Ich müsste einen Ort haben, wo das doppelt ist. Wie geht das? Das müsste eigentlich gehen, oder? Rutschen wir jetzt hier mal runter. Manchmal ist es gut, seine Perspektive zu ändern, wenn man irgendwo feststeckt. Das habe ich mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, ich glaube bei Baymax oder sowas gehört. Und habe das nie vergessen, weil das wirklich auch sehr, sehr viele Sachen... Ach nee, jetzt kann ich es hier nicht benutzen. Warum nicht? Leute. Auf sehr, sehr viele Sachen zutrifft. Also wahrscheinlich wird die Schlange damit zu tun haben. Was wird das dann... Nein. Du sollst nicht rausspringen, du sollst das nehmen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Perfekt. Und damit haben wir dann auch die Tour. Yes. Die Bucket rattles in the depths. A meddler from a bygone time. They want to be helpful, piecing together the wood and the gears. I ensure they do not see what they build. Okay. Jetzt muss ich hier wieder... Aber ich kann eigentlich dann hier stehen bleiben. Das ist mal jetzt mal einfach nach hier. Ach nee, halt. Stopp. Das muss ich noch drehen. So. Ist ja gar nicht so doof gemacht, ne? Also es ist schon... Es ist schon geil. Okay. Also ich denke mal, dass wir jetzt hier alles haben. Hoffe ich. Wir haben auch, glaube ich, einen Hebel noch für die Original-Kammer, ne? Oder ist es kein Hebel? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Hebel sein sollte. Wir haben irgendwie einen Arm oder sowas, hatten wir ja gefunden. So, das heißt, wir sind jetzt wieder vorne. Und können dann direkt drüber schwimmen nach hier, genau. Beziehungsweise fahren, schwimmen. Die Frage ist, können wir das Ding hier drin verwenden. Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, wissen wir, wissen wir. Achsenarm. Gehört der dazu? Wenn nicht, können wir ihn trotzdem verwenden. Nein, nein, dann geh wieder ran. So. Sehr geil. Hallo. Dann können wir da nämlich... Doch, da können wir unten durch. Nehmen wir hier rein. Und das ist dann eigentlich das Letzte, wo wir jetzt hier überhaupt was machen können, ne? Das ist... Puh. Aber wir haben ja noch das Lagerfeuer. Wir müssten beim Lagerfeuer mal nachgucken, ob wir genug Leute haben. Also, wir können nicht oben anlegen. Wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. Ich gucke mal eben, ob hier rechts auch noch irgendwas ist, oder... Ah ja, anscheinend ja. Ich hoffe nur nichts Großes. Hier sind aber keine Anlegestünde. Kann ich denn noch weiter durchfahren? Nee. Also, wir können hier zwar durch, aber wir können hier nicht anlegen. Hm. Okay. Das ist ein bisschen seltsam, aber... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich hat das nur damit zu tun, dass... Ähm... Oh, Röhren? Kann man die... Ja, kann man. Okay. Da kann man was machen. Da kann man noch die Linse beeinflussen. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Weil wenn ich das jetzt alles noch mache, bin ich ganz ehrlich, dann wird die Folge komplett gesprengt von der Zeit her. Dann habe ich lieber das als nächsten Abschnitt, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Und ja, ich meine, hier ist es ja klar, denke ich mal, dass man das so weit wegrollen kann, dass man dann auch nach rechts sich bewegen kann und so. Da müssen wir mal schauen, was wir hier noch alles machen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.